Geformt und geschliffen durch die Zeit, erhebt sich zwischen dem Salzkammergut und dem Lammertal ein majestätisches Gebirgsmassiv. Diese atemberaubende Kulisse bezaubert seit jeher nicht nur jene Menschen, die Abenteuer, Ruhe und Inspiration suchen, sondern auch jene, die dort arbeiten und leben. Die österreichischen Dolomiten. Der Gosau-Kamm. ORF Premiere am Donnerstag, dem 21. März um 20.15 Uhr. ORF 3.